Schwarzschule, Schattenschmiede, wo ist die normale Schmiede? Ah, da. Ja, genau, das hatten wir ja in der letzten Aufnahmesession. Assassine erhält Fähigkeit des Todes für uns. Bei seinem Ableben reißt er alle stark geschädigten Feinde derselben oder niedrigen Stufe im Umkreis mit in den Tod. Äh, ja. Bei seinem Ableben sogar nur. Also, sorry, die Fähigkeit ist... Wie soll ich sagen, relativ. Das ist... Unnütz. Okay, von oben kommen jetzt wieder Gegnerwellen. Na komm, Fledermäuse, um das mal auszugleichen. Und ja, ich habe jetzt schon verdammt... Viel Rundkraft ausgehauen. Und da kommen immer mehr mit dem Pass runter. Äh, super. Äh, super. Weiß ich. Das heißt, sie kann jetzt theoretisch... Versch... Verschwindet! So ein Anlegen. Wo kommen die her? Ach, bessere Rose habe ich leider keine. Was ist passiert? Was ist passiert? Und einen besseren Helm... Leider auch noch nicht. Verschwindet! Aber besseres Schild. Wo kommen die her? Ja, und wir nehmen da langsam... Verluste. Wo kommen die her? Ja. Haben aber noch genug. Ja. Zur Ehre Aronius. Ja, das ist schon mal der Anfang. Wo ist meine Koine? Ja. Euer Questbuch wurde aktualisiert. Ach so, wer hat den Gegenangriff ab? Ein Gegenangriff hat begonnen. Setzt euch zur Wehr und schlagt die Angreifer zurück. Erobert die dritte Festung. Nun geht es, die dritte Festung einzunehmen. Hier werdet ihr euch einen eigenen Zugang suchen müssen. Sucht in der Umgebung noch die Möglichkeit, hier die Festung zu gelangen. Ja. Hm. Hm. Nochmal fünf. Für den Aria-Schrein und dann haben wir alle. Sofort. Was denn? Auf meinem Befehl. Für die Fährheit. Verschwindet. Also ja, wir haben Verluste, aber noch sind sie nicht so hoch, dass uns das ausbremst. Vorwärts. Vorwärts. Ach. Bereit! Folgt mir. Zur Ehre Aonius. Wo ist meine Keule? Bereit. Und los! Vorwärts! In die Schlacht! Was? Ein paar Zauber ist nett. Bereit! Sofort! Geht! Mir nach! Hm, machen die doch was. Also wenn wir den 330 erreicht haben, schon mal die Geschlecht. Verteidigt euch! bereit und los vorwärts für die freiheit so ihr noch an den monik schreien und dann war es das ja es gibt kein wenn wir es zu ende so die sind aus ihrer höhle gekochen wie sie es immer tun dann gucken wir mal was in dieser truhe ist auf mein kommando vorwärts bringen wir es zu ende panther helm hosen für 44 kennst wie sieht es eigentlich aus mit dem gold was wir hier kriegen auch geht einigermaßen achtung auf meinem befehl zum angreif verschwinden ich finde es lustig wie sich unser einer wie heißen die jungs hier zermalma so gut halten kann auf meinem befehl sofort zum angreif auf mein zeichen in die schlacht ja vorwärts zum angreif geht's los auch gut auf mein kommand zur ehre vorwärts vorwärts so kommt dass der hülle noch was wir sollten die umgebung nach einem anderen weg in die feste absuchen mir nach haben wir ja jetzt auch vor und los nämlich hier unten lang und ja ich kann leider den sklaven nicht austauschen gegen die also die sklaven ohne nicht gegen die austauschen was verlangt ihr gut ja vorwärts folgt mir dann jetzt hier lang die jage leave kristin jage 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 Was ist passiert? Was gehört sie dort, Lichtgläubige? Ihr dürft hier nicht rasten. Das Portal führt ins Innere einer der Festungen. Das sollte euch einen Vorteil verschaffen. Ihr müsst weiter. Zuerst sollte ich mich um euch kümmern. Ihr könnt mir nicht helfen. Ihr müsst weiter. Die Kreaturen... Sie sind fort. Ihr seid in Sicherheit, Norkain. Nehmt meinen Dank. Auch wenn mein Leben dennoch verwirkt ist. Wovon sprecht ihr? Das ist meine Sache. Euch Lichtbettern ist nicht zu trauen. Bitte, erzählt. Ihr könnt mir vertrauen. Ihr Lichtbeter seid schwach. Seht euch doch an. Stiefelgeleck und Anbieterei sind eure Tugenden. Haltet Frieden. Ich will euch nur helfen. Wer will schon Hilfe von einem schwafelnden Bettler? Lieber höre ich meinen eigenen Todesschrei als solche Honigklänge. Fort mit euch! Was gibt es? Ich rette euer Leben und ihr beleidigt mich? Euch Lichtbeter kann man nicht beleidigen. Ihr seid so niedrig, dass jedes Wort eines Norkain ein Lob für euch ist. Ich habe euch gerettet, Dunkelelf. Euer Leben gehört mir. Und ich kann es euch ebenso wieder nehmen. Jetzt und hier. Ah, ein Kämpfer. Gut. Ihr habt nicht zu entscheiden, ob ich gut oder schlecht bin, Milchhaut. Und sprecht nicht in Andeutungen. Ich sehe. Ihr seid vom wahren Geist. Hört zu. Ich bringe schlechte Kunde aus den Landen der Norkain. Unser Volk richtet sich selbst zugrunde. Eine neue Macht breitet sich unter den Archonen aus. Eine Macht, die widernatürlich ist. Nicht von dieser Welt. Viele erfreut dieses Geschenk. Und sie bereiten schon neue Feldzüge gegen das Licht vor. Aber andere, so wie ich, sehen mit Sorge, wie die Seele der Norkain dadurch verdorben wird. Unser Volk zerbricht. Die Kaste der Drakon hat sich erhoben. Aber wir sind zu wenige. Die Norkain brauchen jetzt einen starken Anführer. Einen, der sie wieder zusammenführt. Deshalb bin ich hier. Ich suche Kraik Unschalach, den letzten wahren Drakon. Er muss heimkehren und unser Volk von diesem Einfluss befreien. Aber der Maskierte hat ihn aus Schaldun entführt und irgendwo in den Süden Xus verschleppt. Nun suche ich ihn, um ihm das Siegel der Norkain zu bringen. Das Zeichen der obersten Herrschaft. Mit diesem Siegel wird er zum rechtmäßigen Führer der Dunkelelfen. Wenn der Maskierte Kraik in den Dschungel gebracht hat, dann werdet ihr scheitern. Alleine kommt ihr nie dorthin. Ja. Das erkenne ich jetzt. Ich bin zu schwach. Die Wunden, die meine Brüder mir geschlagen haben, wollen nicht heilen. Ich kann nicht mehr weiter. Mein Weg führt nach Süden. Ich werde versuchen, Kraik zu finden. Er ist ein Drakon. Ein großer Kämpfer. Ihr erkennt ihn? Ich kenne Kraik. Sollte er noch leben, werde ich ihn finden. Ihr kennt ihn? Dann... dann nehmt das Siegel der Norkain. Bringt es ihm. Sagt ihm, dass er heimkehren soll. Sagt ihm, er soll seinen rechtmäßigen Platz einnehmen und unser Volk von den Fremden befreien. Was geschieht mit euch? Ich bin schon tot, Runenkrieger. Mein Wille hält mich am Leben. Aber die Wunden sind zu tief. Ich werde hier mein Grab finden. Ich werde zu Nor für euch beten. Ich verstehe. Lebt wohl, Norkain. Lebt wohl. Nor sei mit euch. Was war das? Habt ihr das gehört? Da! Die Hescher haben mich gefunden. Macht euch bereit zum Kampf! Da! Vielen Dank.